Ja, hallo meine lieben GeolebenTV zu sich und Freunde, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, nach einer mehrwöchigen Pause bin ich jetzt wieder da. Ich hatte einfach ein paar sehr, sehr wichtige Dinge zu erledigen, die mir einfach sehr, sehr wenig Zeit und kaum Raum gelassen haben, eben das zu tun, was ich eigentlich fast am liebsten mache, nämlich für GeolebenTV zu arbeiten, zu werken, hier etwas zu voranbringen. Aber ich habe auch natürlich Neues für mich geschaffen, was eben auch sehr, sehr wichtig ist, denn gerade für selbstständige Kleinunternehmer ist die Zeit gerade unglaublich schwierig und es müssen leider Gottes sehr, sehr viele Leute einfach auch mit ihrem Business zum Teil aufhören, es aussetzen oder was auch immer, weil sie einfach nicht mehr über die Runden kommen, weil es einfach auch kaum möglich ist. Aber ich hatte jetzt einfach die Möglichkeit bekommen, eben als Lehrreferent für die Diplom-Lebens- und Sozialberaterausbildung in Österreich tätig zu werden und das hat natürlich auch für mich mal eine größere Umstellung bedeutet und eben auch sehr, sehr viel Vorbereitungszeit, die mich sehr beansprucht hat. Aber wie gesagt, eben auch Corona geht an mir nicht spurlos vorüber, es gibt Hochs und es gibt Tiefs und wie gesagt auch immer wieder die Frage, wie geht es existenziell weiter, weil wir werden von der Politik, vom Staat nicht wirklich hier unterstützt. Nur das mal so nebenbei. Aber nun habe ich einfach wieder Zeit und Muster und eben auch mehr Sicherheit hier einfach auch weiter zu tun und es macht mir natürlich wieder unglaublich Freude hier mich wieder hinein zu knien, hinein zu arbeiten, zu recherchieren, auszuprobieren, vor allem auch um mich wirklich wesentlich mehr wieder mit körperlicher und aber auch geistiger und psychischer Gesundheit zu beschäftigen. Ja, wie gesagt, die Corona-Zeit geht an niemanden von uns einfach auch spurlos vorüber. Egal an was man nun glaubt, ist man, glaubt man, dass der Virus existiert, dass er wirklich so wahnsinnig gefährlich ist oder glaubt man es nicht, ist jetzt einfach auch nicht die Frage von den Tatsachen, die uns einfach auch alle betreffen, werden wir eben einfach auch nicht verschont. Und vor allem ist diese Zeit auch eine wesentlich höhere Belastung für unser Nervenkostüm. Ob wir das nun wollen oder nicht, doch was es damit einfach auch genau auf sich hat und welches Mittel ich jetzt mal einfach auch für mich ausprobiere, ja schon seit knapp zwei Wochen, ob es was bringt, vor allem auch und was es eben auch ist, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, so hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Geo von Geo Leben TV und bewusst gesund bei Geo. Also, wie gesagt, das Nervenkostüm wird von einem jeden in dieser jetzigen Zeit wesentlich mehr als sonst beansprucht. Das ist nicht nur die Meinung, das sagen auch viele, viele Experten, die sich hier einfach auch mit diesen Kollateralschäden auseinandersetzen. Ja, auch wenn ich zum Beispiel für mich, für mich auch sehr viel mache, um eben auch mit Stress, vor allem auch mit Dauerstress, mit chronischem Stress gut umgehen zu können, merke ich auch immer wieder, dass eben auch so ein latentes, kaum merkbares Unwohlsein einfach auch immer wieder da ist. Viele Menschen um mich herum berichten mir das, Kollegen, Berufskollegen und vor allem auch Klienten kommen diesbezüglich auch immer wieder jetzt gehäufter zu mir, die einfach sagen, na, irgendwie ist was anders, ich fühle mich einfach nicht mehr so wunderbar. Es belastet mich dann doch alles immer wie irgendwie wesentlich mehr, als ich eigentlich auch möchte. Aber wie gesagt, bei diesen Umständen, bei diesen Corona-Zeiten ist es keine Frage. Das wundert mich halt einfach auch nicht. Das ist halt so existenzielle Fragen, einfach auch das Gefühl des Ausgeliefertseins, dass keiner kann ja eigentlich so wirklich was dafür oder dagegen machen. Mögliche Impfungen, die hier irgendwie auch anstehen, wo man nicht weiß, was die mit unserem Körper machen, ob diese nun unsere RNA, DNA hier dauerhaft verändern und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die uns hier einfach auch belasten, auch wenn wir uns teilweise an diesen Umstand auch immer wieder gewöhnen. Ja, das macht einfach auch chronischen Stress, so ist es mal. Ich habe ja diesbezüglich auch schon ein paar Videos gemacht, was eben auch chronischer Stress im Körper bei uns anstellt. Ja, und so habe ich mich jetzt einfach auch mal auf die Suche gemacht und habe da auch nicht lange suchen müssen, weil ich das Mittel eben auch schon kenne und ich jetzt einfach gesagt habe, ich probiere es jetzt einfach auch mal selber aus und mache dann einfach auch ein Erfahrungsvideo darüber. Ja, lassen wir die Katze aus dem Sack. Es handelt sich um die sogenannte Schlafbeere, vielleicht auch manchen besser bekannt eben als Ashwagandha. Ja, und die Ashwagandha, die ja vor allem auch schon seit über 3000 Jahren im indischen Ayurveda, also in Indien im Ayurveda, sehr erfolgreich angewendet wird. Zumindest kann man das immer wieder nachlesen. Und ich habe auch zwei Freunde, die ich in Indien kennenlernte, die auch immer wieder in Indien zu einer Ayurveda-Kur eben gegangen sind und diesbezüglich auch schon von Ashwagandha eben auch berichtet haben. Ja, die Ashwagandha ist ja nun, wie gesagt, eh nichts Neues. Wahrscheinlich einige werden es schon kennen. Und es gibt sicher schon das ein oder andere Video diesbezüglich. Doch ich besinne mich jetzt einfach auch in dem Falle wieder zurück auf meine Geoleben-TV-Wurzeln, eben nach dem Motto zuerst probieren und studieren und dann davon eben auch berichten. Ja, in dem Falle nehme ich Ashwagandha seit 12, 13 Tagen ein und werde euch diesbezüglich am Schluss des Videos noch meine Meinung über Wirkung, über mögliche Nebenwirkungen oder eben auch Wirkungen, die nicht eintreffen, auch berichten. Dosis, wie viel man nehmen soll und so weiter und so fort. Wie gesagt, das gibt es alles dann eben eher zum Schluss des Videos. Doch zuerst schauen wir einfach auch mal, was der Ashwagandha, der sogenannten Schlafpäre, so an Wirkung alles nach oder eben auch vorgesagt wird. Ja, die Vitania somnifera, so ist eben auch der lateinische Name, der Ashwagandha wird in der ayurvedischen Medizin eben, wie schon gesagt, seit über 3000 Jahren angewendet. Und die biologisch aktiven Bestandteile, also die wichtigen Komponente der Ashwagandha-Wurzel, sind eben die sogenannten Vitanolide und eben auch Alkaloide. Wobei man eben auch davon ausgeht, dass die gesundheitliche Wirkung vorwiegend eben aus den Vitanoliden herkommt, die es in vielfacher Form gibt und auf deren wichtigsten Abkömmungen wir dann auch später noch zu sprechen kommen. Doch vorerst einfach auch mal die Frage, die wir uns stellen, in welchen Bereichen ist Ashwagandha seit vielen Jahrhunderten an der Behandlung verschiedenster Erkrankungen beteiligt. Wir schauen uns einfach auch mal die neueren Behandlungsformen an und da gehören einfach auch mal der Cortisol-Spiegel dazu. Diesbezüglich haben wir schon ein paar Stressvirus gesehen. Zu wenig Cortisol macht Stress, zu viel eben aber auch. Dann geht es um Angstzustände, es geht um vielfache Entzündungen, es geht eben auch um das Stresssymptom an und für sich, vor allem auch chronischer Stress, dann auch wird bei Diabetes sehr, sehr viel geforscht. Es wird auch bei Krebs geforscht mit Ashwagandha und eben auch natürlich dieses chronische Müdigkeit-Syndrom, das einfach auch immer wieder immer mehr Menschen einfach auch haben. Auch hier wird wieder mit der Ashwagandha eben sehr, sehr viel ausprobiert. Ja, im Folgenden des Videos beschreibe ich jetzt einfach mal in Kürze eben die Ashwagandha beim Einsatz von Stress, wieso Ashwagandha eben bei Stress wirken könnte, wieso Ashwagandha bei Depression helfen könnte, wieso Ashwagandha bei Übergewicht, bei der Schilddrüsenunterfunktion helfen könnte, auch dem Immunsystem helfen könnte und vor allem auch der Gedächtnisleistung und auch der kognitiven Gehirnleistung helfen können. Wir fangen einfach mal an mit Punkt Nummer 1, warum wirkt Ashwagandha bei Stress? Ja, Ashwagandha-Studien zeigen einfach auch mal, dass die Pflanze gegen Stress und stressbedingt die Angststörungen einfach eingesetzt werden kann. Da haben einfach die Wissenschaftler, die vermuten einfach auch, dass die Pflanze den Cortisol-Spiegel eben senkt, indem eben glykosidische Vitanolide, also die Vitanolide die neuronale Anregung durch Stress hemmen. Das heißt, Ashwagandha gibt dem Gehirn den Gefehl, hallo, jetzt kein Cortisol ausschütten, wenn es eigentlich Cortisol ausschütten möchte. Das heißt, Ashwagandha sorgt dafür, dass einfach nicht so viel Cortisol eben ausgeschüttet wird. Und hier kommt vorwiegend eben das Vitanolid A und das Vitanolid 4 zur Geltung. Also wie gesagt, die verschiedenen Abkömmlinge von dem Vitanolid. Ja, der zweite Punkt, warum wirkt Ashwagandha eben auch bei Depression? Auch hier wurde gezeigt, dass bei Tier- und Humanstudien eben Hinweise gibt, dass es darauf Hinweise gibt, dass eben Ashwagandha Depressionen entgegenwirken kann. Die Pflanzenstoffe beeinflussen sowohl die Rezeptoren für Serotonin als auch stressinduzierte depressive Symptome. Das heißt, Sorgen einfach auch dafür, Ashwagandha sorgt einfach dafür, dass hier Serotonin länger eben in den Zellen drinnen bleibt. Serotonin, wissen wir, ist ja so ein glücklich-macher-Hormon. Mit dem geht es uns einfach besser. Ashwagandha sorgt dafür, dass eben hier Serotonin länger in den Zellen bleibt. Und es beeinflusst sowohl auch die depressiven Symptome an und für sich, also die eben für Stress eben zuständig sind. Man fühlt sich ja mit Ashwagandha dann bei Weitem nicht so stressig. Das heißt, man macht dann auch wesentlich weniger Dinge, die einen dann auch in gewisse Depressionen bringen könnten. Ja, der Punkt Nummer 3, wo eben Ashwagandha ganz, ganz wichtig sein könnte. Warum kann Ashwagandha bei Übergewicht helfen? Ja, das ist natürlich auch immer eine Frage, die mich auch persönlich betrifft. Geo Sixth, Sixth Pack, das ist ja eigentlich so eine offene Geschichte, wo ich mir ein bisschen auf die Finger klopfe und sage, wow, da müsste ich einfach auch wieder mal mehr Gas geben. Mein Bauch ist auch wieder größer geworden. Aber schauen wir mal, ob Ashwagandha diesbezüglich auch so eine kleine Initialzündung ist. Ja, warum kann Ashwagandha bei Übergewicht jetzt auch helfen? Ashwagandha wird ja oft eben bei stressbedingtem Übergewicht eingesetzt und kann eben laut Studien auch in herkömmlichen Fällen beim Abnehmen unterstützend wirken. Da eben auch, und hier ist auch wieder die Frage von Cortisol, da eben Cortisol einfach reduziert wird. Also Ashwagandha reduziert einfach die Cortisol-Ausschüttung. Und wir müssen, es ist ja, wenn wir in chronischem Stress sind, haben wir eine Dauer-Cortisol-Ausschüttung, was in unserer Zeit einfach ein totaler Wahnsinn ist. Ja, wir schütten viel zu viel Cortisol aus. Auch Kaffee-Genuss sorgt dafür, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Sorgt dafür, dass der Körper glaubt, dass wir in einer Stresssituation sind. Also Kaffee trinken macht Stress, meine Lieben. Und Ashwagandha reduziert eben die Cortisol-Ausschüttung. Ja, dass der an und für sich, also das Cortisol, das ja nirgendwo mehr weiß, wo es hin soll, dann eben als Fett in die Zellen eingebaut wird. Ja, und das ist klar, weniger Cortisol, weniger Cortisol, das in Fett eingelagert werden kann. Das andere ist eben auch, dass eben auch die Ashwagandha die Stimmung, beziehungsweise auch unser komplettes Mindset, unser mentales Mindset einfach ändert uns ruhiger, uns gelassener macht. Und somit natürlich auch dafür sorgen kann, dass man eben auch dann motivierter ist, Dinge zu tun. Wenn man so unmotiviert ist, wenn man so Stress hat und irgendwie ein bisschen eine depressive Stimmung hat, wer bewegt sich da, da sitzt man meistens zu Hause herum. Und wenn ich motiviert bin, wenn ich mehr Freude habe, gehe ich natürlich auch lieber wieder raus. Und Bewegung, Bewegung, das ist klar, das macht natürlich ganz, ganz viel mit uns im positiven Sinne. Es sorgt dafür, dass natürlich auch die Pfunde purzeln. Es sorgt aber natürlich auch, dass wir hier oben im Kopf, dass wir uns einfach fitter und wesentlich besser bleiben. Der Punkt Nummer 4, warum kann Ashwagandha das Immunsystem verbessern? Auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Stress greift natürlich auch unser Immunsystem an. Ashwagandha unterstützt das Immunsystem in mehreren Tierversuchen. Also da hat man einfach auch wieder sehr viel ausprobiert. Und die Wirkung führen einfach dann die Wissenschaftler auf das Steroid-Lacton, Vitanolid A zurück. Also das eben auch wieder so ein Abkömmling von Vitanolid. Der Pflanzenstoff verhinderte einfach in den Studien das stressbedingte Herunterfahren des Immunsystems. Also wie gesagt, wenn ich Stress habe, leidet das Immunsystem darunter. Das Immunsystem fährt normalerweise runter, wenn wir Stress haben, weil es nicht ganz so wichtig ist wie andere Dinge, die man hat. Also Stress sorgt da immer dafür, dass man sich auf das Wichtigste fokussiert, körperlich. Nämlich, damit wir eben fighten oder fliehen können, kämpfen oder fliehen. Da brauchen wir viel Kraft und da brauchen wir in dem Augenblick kein Immunsystem. Und chronischer Stress sorgt eben auch dadurch dafür, dass eben das Immunsystem auf Dauer heruntergefahren wird. Schauen wir bei Punkt Nummer 5. Warum wirkt Ashwagandha bei einer Schilddrüsenunterfunktion? Das ist ja auch so ein Punkt, das betrifft ja auch viele, viele Menschen, Schilddrüsenunterfunktion. Die Ashwagandha erhöht ja nämlich in mehreren Studien die Schilddrüsenhormone T3 und eben auch T4 im Blutserum, welche bei einer Unterfunktion ja eben zu wenig produziert werden. Nachweislich hat Ashwagandha eben die Hormone T3 und T4 einfach erhöht. Und bei einer Schilddrüsenunterfunktion wird ein therapeutischer Einsatz eben als alternative Behandlung eben hier auch angeraten. Hierzu sagt man auch, natürlich sind immer wieder mehr Studien einfach auch notwendig, um das einfach auch wirklich handfest einfach auch zu machen. Aber so ist es halt einfach mal. Man hat hier erste Hinweise eben, dass Ashwagandha die Schilddrüsenhormone T3 und T4 im Blutserum einfach erhöhen. Man muss aber hier ein bisschen aufpassen, da kommen wir so ein wenig zu den Nebenwirkungen. Nämlich kann das Ashwagandha-Extrakt eben auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion hier eben das Gegenteilige eben bewirken. Bei einer Überfunktion ist natürlich klar, wenn Ashwagandha dafür sorgt, dass T3 und T4 eben ausgeschüttet wird, also die Hormone. Und bei einer Überfunktion habe ich sowieso schon zu viel, dann habe ich noch mehr, als ich eigentlich bräuchte. Also da ist es wichtig, wenn jemand mit Schilddrüsenproblemen hat, das auf jeden Fall abzuklären mit seinem lieben Arzt, seines Vertrauens. Ja, ich glaube jetzt Punkt Nummer 6, das ist der letzte, den wir uns genauer anschauen, warum Ashwagandha die Gedächtnisleistung und die kognitive Leistung auch verbessern kann. Das heißt, Ashwagandha unterstützt die Neurogenese. Das heißt wiederum, die Neubildung von Nervenzellen und Nervenverbindungen wird eben durch Ashwagandha eben auch hier nachweislich angeregt. Weil wir wissen ja, wir nützen sowieso nur 10% unseres Gehirns. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist Ashwagandha hier eine Möglichkeit, mehr aus unserem Gehirn zu machen. Ja, nochmal gerade so überflogen, weil das einfach auch Ashwagandha bei Diabetes 2 sehr, sehr interessant. Ja, bei der Verbesserung der Sexualität, beziehungsweise bei der Erhöhung der Sexualhormone, sowie eben auch bei der sportlichen und körperlichen Leistungssteigerung. Ashwagandha verbessert auch den Schlaf und somit die Erholung in den Ruhephasen logischerweise. Ja, diesbezüglich ist aber die Studienlage noch nicht so eindeutig. Da muss man sicher noch viel, viel forschen, um hier einfach auch gesicherte Aussagen zu machen. Und als zweiten Punkt beim Erwerb der Ashwagandha ist auch wichtig, darauf zu achten, wie hoch der Vitanolit-Anteil einfach auch ist. Wie gesagt, Vitanolit scheint eben der Wirkstoff zu sein, der hier wirklich vorwiegend für die Wirkung eben auch zuständig ist. Und auch hier kann es ganz, ganz beträchtliche Unterschiede geben. Hier kann man ein Mittel erwerben, das hat nur 1% Vitanolide, das andere hat 5% drin. Also da sollte man schauen, 5% wäre schon sehr, sehr optimal. Wenn man 2 bis 3% drinnen hat und einfach auch mit Ashwagandha erstmal anfängt, dann ist das auch okay und dann ist das auch gut. Aber diese Produkte sollten natürlich auch günstiger sein. Und dann dosiert man einfach auch höher, wenn man hier einfach auch mehr Wirkung einfach noch haben möchte. Ja, und jetzt noch zu meinen Erfahrungen mit Ashwagandha. Es ist natürlich jetzt so, nach zwei Wochen kann ich jetzt nicht sagen, wow, das ist passiert, das ist passiert und das ist passiert. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, das kann man sich natürlich auch wieder alles einbilden, und das ist auch klar, damit kann man auch argumentieren. Aber ich habe schon ziemlich so das Gefühl, dass ich einfach auch die letzten 7, 8 Tage einfach wesentlich stabiler geworden bin, mich viele Dinge bei Weitem nicht mehr so aufregen und ich eine ziemliche Gelassenheit so an den Tagdelikt habe. Immer wieder in Selbstreflexion mit seinem Körper, mit seinem Geist, was passiert, tut sich was, habe ich da Verschlimmerungen, Erstverschlechterungen, die länger andauern, als sie sollen. Ja, in dem Sinne, mein Bericht zu Ashwagandha. Lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt mir eure Erfahrungen, Meinungen eben in die Kommentare. Schaut auf meine Homepage, bewusst, gesund, geosixxlebensmut.at, gibt es einige Produkte, die ich euch empfehle und womit ihr euch, wenn ihr etwas kauft, mich eben auch in Zeiten wie diesen verstärkt unterstützen könnt. In dem Sinne, habe ich lieb, alles Liebe, wir sehen uns, baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017